ARD Text im Auftrag von Funk Wisst ihr, was ihr Dorf verraten hat? Ich bin seit acht Jahren ein Mitglied dieser Crew und jetzt verschwindet von der Insel! Nami? Das geht dich alles nichts an! Wir sind doch Freunde, nicht wahr? Lebt wohl, Strohwut! Wenn ihr nicht pünktlich euren Tribut zahlt, heißt das, dass ihr euch uns widersetzt! Ich frage mich, ob sie mich wieder aufnehmen würden nach allem, was ich ihnen angetan habe. Ich will unser Schiff zurück und Nami als Navigatorin, klar? Oder hast du etwa vor, wegzulaufen? Wenn du das tust, ist hier Feierabend, meine Liebe! Wir zwei sind doch Freunde, nicht wahr? Wir sind alle Freunde! Kommt, Jungs! Ja!